Macht euch bereit für einen atemberaubenden Thriller, der in einer der turbulentesten Zeiten der jüngeren Geschichte spielt. Dies ist nicht nur ein weiterer Kriegsfilm, es ist eine packende Geschichte über Mut, Widerstandsfähigkeit und den menschlichen Geist. Dirty Angels, unter der Regie des gefeierten Martin Campbell, ist ein kommender Action-Thriller, den ihr nicht verpassen solltet. Bekannt für seine meisterhafte Erzählkunst und sein Auge für Details, bringt Campbell eine einzigartige Vision in diesen Film ein. Lasst uns eintauchen in das, was diesen Film zu einem Muss macht. Von seiner fesselnden Handlung bis hin zu seiner atemberaubenden Kameraführung verspricht Dirty Angels ein unvergessliches Kinoerlebnis. Dirty Angels folgt einer wagemutigen Gruppe von Soldatinnen auf einer riskanten Mission während des Abzugs der USA aus Afghanistan im Jahr 2021. Dies ist nicht nur eine Mission, es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und ein Kampf ums Überleben. Diese mutigen Frauen haben den Auftrag, entführte Kinder zu retten, die im tödlichen Kreuzfeuer zwischen dem IS und den Taliban gefangen sind. Ihre Mission ist mit Gefahren verbunden, aber ihre Entschlossenheit und ihr Mut leuchten durch. Der Film verspricht intensive Action, Spannung und einen Wettlauf gegen die Zeit in einer feindlichen Umgebung. Jeder Moment ist voller Spannung, was ihn zu einer spannenden Achterbahnfahrt von Anfang bis Ende macht. Mit Eva Green, Maria Bakalova, Ruby Rose und Joyo T. Gibbs in den Hauptrollen verleiht diese hochkarätige Besetzung ihren Charakteren Tiefe und Emotionen, was ihre erschütternde Reise noch fesselnder macht. Jede Schauspielerin liefert eine kraftvolle Performance ab, die der Geschichte mehrschichtige Facetten hinzufügt. Unter der Regie des talentierten Martin Campbell, bekannt für Hits wie Casino Royale und Die Maske des Zorro, könnt ihr erwarten, dass Dirty Angels visuell atemberaubend und emotional ergreifend sein wird. Campbells Expertise im Handwerk actiongeladener Erzählungen stellt sicher, dass jede Szene akribisch inszeniert ist. Gedreht wurde in den wunderschönen und zugleich intensiven Landschaften Marokkos und Griechenlands, die der Geschichte eine authentische Kulisse verleihen. Die abwechslungsreichen Schauplätze erhöhen nicht nur die visuelle Attraktivität, sondern tragen auch zum Realismus des Films bei. Die Produktion wurde im Februar 2023 abgeschlossen und der Film soll einer der meist erwarteten Actionfilme des Jahres 2024 werden. Die Spannung rund um den Film ist gewachsen und die Fans warten gespannt auf seinen Kinostart. Streicht euch den 13. Dezember 2024 rot im Kalender an. An diesem Tag feiert Dirty Angels Premiere, ein Datum, das ihr nicht verpassen solltet, denn der Film verspricht, ein Highlight des Jahres zu werden. Egal, ob ihr die große Leinwand oder den Komfort eures Zuhauses bevorzugt, der Film wird sowohl im Kino als auch auf Abruf verfügbar sein. So ist sichergestellt, dass jeder den Film in seiner bevorzugten Umgebung genießen kann. Mit einer packenden Handlung, einer talentierten Ensemble-Besetzung und einem erfahrenen Regisseur am Ruder ist Dirty Angels bereit, das Publikum weltweit zu fesseln. Die Kombination aus Action, Drama und emotionaler Tiefe macht den Film zu etwas Besonderem in seinem Genre. Die Auseinandersetzung des Films mit den Themen Mut, Opferbereitschaft und den Komplexitäten des Krieges macht ihn zu einem zum Nachdenken anregenden Kinoerlebnis. Er taucht ein in die menschlichen Aspekte von Konflikten und beleuchtet die persönlichen Geschichten hinter den Schlagzeilen. Wenn ihr Fans von Action-Thrillern, Kriegsdramen oder einfach nur eine gut gemachte Geschichte zu schätzen wisst, dann ist Dirty Angels ein Film, den ihr im Auge behalten solltet. Seine einzigartige Perspektive und seine kraftvolle Erzählweise heben ihn von anderen Filmen des Genres ab. Bleibt dran für Trailer und Updates, während wir uns dem Erscheinungsdatum nähern. Die Vorfreude steigt und ihr werdet keine der spannenden Neuigkeiten verpassen wollen. Danke fürs Einschalten. Wir wissen eure Unterstützung zu schätzen und freuen uns darauf, euch mehr über diesen unglaublichen Film zu erzählen. Vergesst nicht, den Film zu liken, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um weitere Updates zu den neuesten Filmen zu erhalten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.